Er ist – und niemand würde das in einer anderen Weise sehen – ein absolut außergewöhnlicher Spieler. Ich kann Kloppo nur gratulieren. Er bekommt einen Top-Spieler, aber auch einen sensationell guten Menschen. Deswegen sind wir alle traurig. Es war heute auch sehr, sehr emotional, als er sich verabschiedet hat von uns. Deswegen ist es einfach wichtig, nochmal herauszustellen. Was ist das? At dem Ende, when players are passing, you are trying to win as much as you can. When you win, you want to win more. And I think this club describes what I am, as well so Ich will all die Trophäen erreichen, gewinnen und alle Trophäen wie möglich. Ich will mein Herz auf dem Feld geben, meine Team-Mate, die Klubben und auch die Fans.